Wenn ich mit 80 Sekunden Delay stehe, dann chase ich aus dem Berg und nicht mal einen streamen. Das sieht ein sehr gut, aber das movement facken bisschen ab und dass ich kein Chills bekomme, das ist noch mehr früher. Ich verkürze die Lane eigentlich nicht mehr, weil ich die Projo lang für Zeitnehmig gekriegt bin. Dann ist wieder tot. Wie nehm ich? Der Typ hat ein G-Wagen, krass. Alter, die ist ja OP, die Eier. Der Welcher Pump? No joke, ich glaub die Pump hier ist besser. Ich glaub das ist das. Ich komm noch gar nicht zurecht mit dem ganzen Visieren. Das hat sich auch noch gereimt. Der ist ja richtig OP. Oh mein Gott. Warte mal... Alter, die SMG ist ja wirklich bastard. Schade, dass keine Slurpees drin sind. Bro, das wäre absolut Arsch. Slurpees war das Schlimmste hier, was hier drin war. Du kannst jemanden komplett shitten, 199 shitten und er poppt sich einen Slurp und er ist wieder voll in drei Sekunden. Das ist so unskilled, bro. Gar nicht gebockt. Habe ich jetzt alles, bro? Ich kann diese Werbung nicht mehr sehen. Oh mein Gott! Solange es einfach nicht used to that season check, ich bin ehrlich. Nein! Ich bin legit Juggernaut, ne? Das ist krank. Das ist unmöglich, das sterbt, basically. Let's go! Oh, das hat er mit der Bühne anstieg. Opfer. Ich hasse Controller-Spieler, habe ich das schon mal gesagt. Obwohl das irgendwie geil ist. Aber dann halt. What the fuck macht der? Was hat der denn gemacht, bro? Ich hab das nicht gehofft, das ist ein Kerlerank mit dem T-1. Alter! Hey, was war das? Das ist in mir drin. Wie ist das? Wie ist das drin? Die Autoshot kann ich ja op. Wer ist die Website? Warte los. Die Website ist gerade unter Wartungsarbeiten, aber die ist nicht. Die ist nicht. Die ist nicht. Ich hab nur einen Bug, den wir noch fixen lassen. und hätte alles checken können, deswegen. Warum war der Typ am Anfang so kacke und auf einmal ist er das der beste Spieler wieder? Der alte Controller ist halt auch nice. So, wir haben alle... Oh, ich bin tot jetzt. Ist es überhaupt possible, dass ich irgendjemanden wieder hinbekomme? Ja, 28, 28, 28! 28! Ah! Ah! Wie konfident der Typ war, dass er mich über die ganze Map pusht und jetzt einfach... zum dreiviertel schon tot ist. Ah! 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 Siezen des Jets 7 von 10. Siezen des Jets 7 von 10. Oh, er snift die Wall und dann choke ich so, oder was? Woher habe ich jetzt unendlich Sprinten? Das ist ja Todopä. Er hat die Wall gesnift wie eine Line-Cocaine. Scheiße! Scheiße! Ich werde was sagen, wir bleiben. Oh mein Gott, Chad, David hat auch schon gelerbt. Ah! Das ist halt die Sohn! Sie wollen noch viele Technologische Produkte haben. Da ist ein Chat. wird gefällt. BroScore wird gefällt. Oh mein Gott! gesnifft wie der langen kokain mein gott und finger in deinem po lang auf in einem freien auch wenn du hier im gestimmt hast also bitte wie kann man so kommt wenn die ball kommen so gefickt werden der gar gete fuck out der gab durchfall um zu darauf könnt ihr euch anstattet die abends liefs auch vor vor und an weihnachten ungefähr auf jeden Fall vor und an ja auch oh mein gott bro Wann wo und ihr das alles kaufen könnt in fünf tagen können wir es in außen ungefähr fünf tagen fünf sechs tagen mein gott wenn ihr fucking so gut sein wollt wie ich dann kauft euch das jetzt geht auf den nächsten kanal auf youtube da sind alle infos auch dazu das keyboard wird es nie wieder geben danach werden wir wenn ihr lieber auf dem keyboard mauspad und armstief da auf lasst so auf dem job dann werden wir danach noch mal mauspads und armstiefs auf jeden fall neue machen und da halt die gleichen aber dann werden wir eine 60 prozent dass der drach rauskriegt king baron dann wird hier im ersten monat jetzt gerade ist es 70 prozent es bin euer wütender zu ver Uncle chat baby denn es gibt auch